Gestern im Stream haben wir bereits alle unveröffentlichten Fahrzeuge getestet und man hat ziemlich deutlich gemerkt, dass die meisten von euch einfach den neuen VW Käfer am meisten feiern. Aus diesem Grund werde ich euch im heutigen Video erklären, wie ihr diesen jetzt schon in eure GTA Online Garage bekommen könnt, ohne dass dieser überhaupt von Rockstar Games auf irgendeine Webseite geklatscht wurde. Insofern wünsche ich dir viel Spaß bei diesem Video. Gute und herzlich willkommen zu unserem Heiligabend-Video. Ich wünsche dir und deiner Familie, deinen Freunden und allen weiteren natürlich frohe Weihnachten. Kommt schön durch die Feiertage durch und ja, passt aber auf euch auf, denn Corona macht leider keine Fällen. Wie auch immer, im heutigen Video möchte ich dir eben erklären, wie du den VW Käfer jetzt schon in deine Garage in GTA Online bekommen kannst. Vielleicht aber noch eine kleine Sache, bevor wir starten. Und zwar läuft noch bis heute Abend mein aktuelles Gewinnspiel auf Instagram, bei welchem ihr 100 Millionen GTA-Dollar gewinnen könnt. Mitmachen kostet schließlich nichts und ich glaube 100 Millionen Dollar will jeder von euch. Ein kleines extra Weihnachtsgeschenk von mir. Insofern geht jetzt schnell rüber auf Instagram und nehmt am Gewinnspiel teil. Auflösung ist dann heute Abend im Livestream circa 21.30 Uhr, 22 Uhr. In dem Dreh ungefähr werde ich wieder live sein. Hier auf YouTube und natürlich auch auf Twitch. Und dort werden wir das Ganze dann auslosen. Eine kleine Weihnachtsfeier zusammen machen und es wird ein geiler Stream. Also schaltet ein, stellt euch im Wecker heute Abend 21.30 Uhr, 22 Uhr in dem Dreh ungefähr. Aber jetzt würde ich sagen, wir haben auch genug rum erzählt. Lasst uns doch direkt mal in das Video rein starten. Let's go! Wie ihr alle mitbekommen habt, hat Rockstar Games am Dienstag den Schnee in GTA Online eingefügt. Außerdem noch das Weihnachtsspecial. Allerdings war das nicht alles, denn es wurden auch zwei neue DJs dem Musiclogler hinzugefügt. Keine Musik und Palm Tracks. Und für diese beiden neuen DJs gibt es eben auch neue Missionen. Für uns relevant sind jetzt aber erstmal nur die neuen Missionen von Keine Musik. Denn wenn wir diese absolvieren, erhalten wir von English Dave, aka Rockstar Games, den Weevil kostenlos geschenkt. Aber wie funktioniert das denn jetzt genau? Naja, es gibt zunächst einmal insgesamt drei Missionen von Keine Musik, welche ihr für Keine Musik absolvieren müsst und zusätzlich eben noch welche für Palm Tracks. Nun ist es so, dass ihr bei einer dieser Missionen Pizza liefern müsst, bei einer Klamotten und bei der anderen Kakasteine oder sowas. Im Hintergrund seht ihr übrigens die Missionen für die Kakasteine. Ihr fahrt dafür einfach in Norden zu dieser Wohnwarnensiedlung, killt da ein paar Leute, sammelt die ein, bringt die zum Flughafen und das ist es. Und so in dem Dreh funktionieren alle diese Missionen. Okay, und das klingt doch erstmal einfach. Ihr müsst einfach diese drei Missionen machen und dann erhaltet ihr am Ende eben den Weevil. Ja, es ist nicht schwierig, aber es hat einen kleinen Knackpunkt, denn zwischen jeder dieser Missionen, zwischen den DJ-Missionen, habt ihr einen Cooldown von acht Stunden und keine Ingame-Stunden, sondern reale Stunden. Das bedeutet, wenn es richtig gut läuft und ihr nur Missionen von Keine Musik bekommt und immer direkt nachdem der Cooldown fertig ist, braucht ihr allein 16 Stunden. Also ihr habt die erste Mission, dann müsst ihr acht Stunden warten, dann habt ihr die nächste, dann wieder acht Stunden warten, das heißt ihr seid schon bei 16 Stunden und dann habt ihr eben die letzte Mission, nach der ihr dann eben auch das Fahrzeug freigeschaltet bekommt. Das klingt ja alles erstmal machbar. Das einzige Problem an der Stelle ist, dass ihr nicht nur Missionen von eben Keine Musik bekommt, sondern eben auch von Palm Tracks. Das bedeutet, es gibt DJ-Missionen und da sind welche von Dave, das sind diese Keine Musik-Missionen und es gibt Missionen, welche von Tom gehostet werden, das ist dieser Champagne-Anyone-Typ. Und der macht eben die Missionen für Palm Tracks. Und ihr kriegt eben alle acht Stunden eine Mission. Die Frage ist nur, von Tom oder von Dave. Das heißt, wenn es richtig, richtig schlecht läuft, habt ihr zwischendurch noch die ganzen Tom-Missionen und es dauert eben deutlich länger als nur 16 Stunden. Habt ihr allerdings irgendwann diese Missionen alle geschafft und absolviert, dann erhaltet ihr nicht nur von English Dave seinen Käfer, sondern ihr erhaltet auch den billigeren Preis von diesem freigeschaltet, wenn er irgendwann dann mal ins Spiel released wird. Wenn wir uns die Webseite angucken, dann sehen wir, dass dieser normalerweise knapp 900.000 GTA-Dollar kostet und wenn ihr diese Missionen gemacht habt, dann eben nur noch 650, falls ihr dann noch einen zweiten haben wollt. Gut, der Rabatt ist jetzt nicht wirklich aussagekräftig bzw. ausschlagkräftig, aber ich weiß nicht, es ist ja immerhin etwas. Und wer den Cent nicht ehrt, der ist den Euro oder den Dollar oder was auch immer nicht wert. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, was könnt oder müsst ihr machen, damit ihr überhaupt so eine Mission vorgeschlagen bekommt. Naja, nicht viel. Wichtig ist nur, dass ihr den neuen Cayo Perico Heist am Laufen haben müsst. Das bedeutet, ihr müsst diese Vorbereitungskosten bezahlt haben, 25.000 oder so und dann könnt ihr das in Ruhe lassen. Geht einfach raus aus dem U-Boot, wartet da so wie ich und auf einmal kam der Anruf. Ich bin online gegangen und hatte, keine Ahnung, 10 Sekunden, 20 Sekunden später eben diesen Anruf, da hatte ich die Aufnahmen noch nicht mal gestartet, deswegen läuft die auch so zwischendrin erst. Und dann habt ihr eben das Ganze. Also dieses Fahrzeug jetzt schon zu bekommen, ist mit sehr viel Warten verbunden, aber Freunde, es lohnt sich, denn dann seid ihr einer der einzigen Spieler in GTA Online, der das Ding jetzt schon fahren kann. Für die Leute, die es interessiert, ich werde am Ende von diesem Video nochmal das Gameplay von allen drei Missionen zeigen. Also eine davon habe ich selber gemacht, zwei Gameplays habe ich aus dem Internet von einem YouTuber namens Kryzen oder so, also C-R-S-N. Der hat auch noch mehr Videos und Gameplays hochgeladen zu anderen Missionen in GTA Online, wen das interessiert. Ich verlinke euch das Ganze sehr, sehr gerne mal in der Videobeschreibung, könnt ihr euch da einmal anschauen, wenn es euch interessiert. Und ja, und das, meine Freunde, war jetzt auch schon das gesamte neue Video. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es dir gefallen hat, wenn dem so ist, lass doch gerne kostenlos einen Daumen nach oben da. Und vor allem abonniere diesen Kanal, um wirklich nichts mehr rund um GTA Online zu verpassen. Ansonsten sehen wir uns dann heute Abend circa 21 Uhr, 21.30 Uhr, 22 Uhr in dem Dreh hier auf YouTube im Livestream. Insofern, ich freue mich auf euch und wir sehen uns später. Haut rein, bis bald und ciao! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.